Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Hell Yeah und dem Nervdekisten Lied im ganzen Spiel oder zweiten FX-Lied wenn man diese komische LSD-Welt dazu zählt. Zum Glück ist die Musik hier ein bisschen anders. So und dieses mal heißt die Aufgabe verkleide dich, denn wir müssen süß aussehen, damit wir dort durch die Tür kommen. Und mit was sehen wir süß aus? Ein Donut sieht süß aus. Das muss irgendeine Verkleidung sein, mit der ich durch... Nee, das Arschgesicht nicht. Roboter auch nicht, das nicht. Das Zeug hier ist gesperrt. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir brauchen irgendetwas mit dem wir süß aussehen. Also Arschgesicht sicher nicht. Hm, nur süße Kreaturen kommen dort durch. Also ich denke mal, wir nehmen den Donut erst mal. Und dann noch... Was denn noch? Bluetooth? Nee. Ich kaufe mal noch das Schild. Ich habe ja genug Geld. Aber das ist immer noch nicht das, was ich wollte. Haben wir da oben überhaupt noch... Ach da, bitte. Skin, super süßes Gesicht. Das ist es doch. Ja, ja. Danke für die Rechnung. Sieben, eben. Jetzt sehe ich doch sehr süß aus. Auch noch mit dem Donut. Das lässt mich sicher durch. Dankeschön. Ach ja, stimmt. Du kannst noch sterben. Treffen müssen wir auch noch. So, weg ist er. Was ist denn das? Diese Zone ist äußerst farbenfroh, Sir. Ja, Sir. Ihr habt ganz recht. Grässlich. Aber mit diesen magischen Regenbögen kann man auch eine Menge Spaß haben. Nicht, dass ich das selbst probiert hätte. Aha, aha. Da ist was ganz schnell, ganz nahe zu mir gekommen. Irgendwie sehne ich mich grad wieder nach der LSD-Welt. Hm. Aber wenn ich hier nochmal bin, könnte ich eigentlich auch noch... Holy Water Thrower. Was macht denn der? Wie wir aus Horrorfilmen wissen, in der Hölle ist Weihwasser echt mächtig. Das möchte ich am liebsten ausprobieren, aber ich möchte auch noch gucken. Waffen-Upgrade 3. Ja, nehmen wir mal das. Missile-Upgrade. Ne. Nochmal Schild. Blablabla. Gibt es noch mehr Waffen-Upgrades eigentlich? Ich habe vorher nur die Maske gesucht, die eigentlich am Anfang gewesen wäre. Ja, wenn wir noch ein bisschen Geld übrig haben, nehmen wir noch den... Holy Water Thrower. Holy Water Thrower. Mal gucken, was der bringt. Holy Water Thrower. Jetzt noch kurz mal gucken. Durch die Tür, komm ich... Durch. Maschinengarn. Ich will eigentlich... Da, Holy Water Thrower. Den will ich gleich mal testen. Danke, dass es mich durchlässt. Spritzt wirklich Wasser. Ja, das hatten wir schon. Mit den Regenbögen kann man viel Spaß haben. Jetzt kommt da plötzlich keiner mehr entgegen. Ich möchte eigentlich auch jetzt lieber schnell zur Krankenschwester. Oh Gott, was macht denn dieses Ding? Hä? Okay. Okay, die verschwinden auf sehr komische Weise. Moment. Jetzt komme ich gar nicht zu der Energie. Ihr guckt aber sehr bedeppert, wenn ich euch mit dem Wasser abschieße. Oh, ich will aber... Okay, jetzt sieht das auch leicht anders aus, meine Kanone. Ich kann sie auch nicht verändern. Aha. Aha. Ich glaube irgendwie, das ist wieder so ein Ding von... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel hier von mir will. Oh Gott, ist das hier alles fröhlich und bunt und... Ach ne, ich will mich grad nicht teleportieren. Oh, das war nicht das, was ich wollte. Komische Wolke ist das jetzt. Ich will eigentlich nur Energie aufladen. Mehr will ich doch gar nicht. Was war das jetzt? Hm. Okay, das Schild habe ich noch. Mein Tablet will mich irgendwie nerven. Ja, jetzt ist er weg. Moment. Komme ich auch hier durch? Hier komme ich auch durch. Ah, Energie. Ja, Energie aufladen. Dankeschön, das brauche ich jetzt. Eieiei, ist das schön. Jetzt könnte ich eigentlich noch gucken. Ja, mit dem Hawaii Wasser komme ich hier nicht weit. Äh, ne, ich will eigentlich mit der Säge hier durchsägen. Ich will zu diesen komischen Sternen. Ich weiß nicht, was die bedeuten. Aber ich sammle sie mal ein, weil bedeutungslos können die ja nicht sein. Außer das Spiel will mich wieder mal verarschen. Das macht's irgendwie so gerne. Und die Musik, die Musik. Das ist, äh, Sintipop mit, äh, nicht, ne. Also, ein Gegner ist da unten und der andere ist irgendwo da oben. Irgendwo hier oben. Geht ihr weg, ihr Lolli-spuckenden Mistviecher. Ja, der andere ist da unten. Ich probier's mal mit dieser... Was war das jetzt schon wieder? Ach, die kotzende Wolke. Äh, das ist interessant. Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich hab immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Der Kleine auch nicht. Ein wunderschöner What-to-Fuck-Moment. Okay, das Spiel... ja, hello. Das Spiel ist... einfach... nur... verrückt. Bist du weg, du Wolke. Wo ist denn der nächste Gegner, oder wo könnte er sein? Hier unten? Hm. Ach, ganz weit unten. Ja, dann müssen wir zuerst zu dem anderen gehen. Herz! Ich vergesse jedes Mal, dass die Viecher da wiederkommen. Ich versuch echt grad herauszufinden, was die in dem Text singen, aber... Mein Englisch ist kacke, ich geb's zu. Hier, there is all that you want. A rainbow, even a double rainbow. Yay, double rainbow! Hm, irgendwas muss ich doch mit dir machen. Da kommt mein Schuss nicht durch. Da kommt mein Schuss durch, bringt mir aber nix. Hm. Das ist jetzt doof. Moment. Ich wechsle einfach mal zu... was denn? Ja, ja. Die Musik ist echt verwirrend. So, jetzt kam ich zu dem hin. Ah! Jetzt fährt der da durch. Ach, dem machen die Stacheln nix. Hm. Der ist jetzt schon seltsam hier, der Panzer. Okay. Äh. Was, 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 was? Hey, hey, hey! Jetzt hat mich dieser Mistpanzer in die Stacheln gedrückt. Das war jetzt auch echt gemein. Aber diese Musik, die macht mich echt irgendwie... Ich kann's nicht beschreiben. Du bist ein Schuss für mich. Hm. Diese Musik ist wirklich schlimm. Und dann spritze ich hier mit einer Wasserpistole durch die Gegend. Es ist irgendwie schlimmer als die LSD-Welt. Jetzt muss ich natürlich wieder warten, bis die Waffe weg ist, damit ich mit einem Raketenwerfer das Ding da weg sprengen kann. Oh Gott, aber ich will wieder in ein anderes Level. Bitte, bitte, bitte. Weil... Ne, ich bin grad... Dieser Level lässt mich einfach irgendwie... Bleh... Fühlen. Wisst ihr was ich meine? So, x drücken. Ach so. Ich muss immer was anderes drücken. Das hätt man mir auch sagen können. Und es scheint auch keine Zeitbegrenzung zu geben. Uga, uga, mach nen Putt. Den haben wir durch den Boden geprügelt. Oh, er blutet. Er ist tot. Oh, ich will diese Musik loswerden. Ich hab so das Gefühl, wenn ich dann hier fertig bin, dann krieg ich das Lied auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich wusste, ihr würdet Hilfe brauchen. Ihr habt wohl euer Radar vergessen. Damit lassen sich kleine Monster bestens aufspüren. Ich hab mein Radar nicht vergessen. Was ist jetzt das? Das war grad das von vorhin. Mit Raketen treffe ich den glaube ich nicht. Hm, andere Waffe, andere Waffe. Versuchen wir das jetzt einfach mit dem Wasser. Lalalala, ich spreche ein bisschen rum, das sieht so dämlich aus. Ich weiß, wo das Kackmonster ist, aber wie besiege ich es jetzt? Ach, irgendwie hab ich das Gefühl, da muss ich jetzt wieder in diesen Regenbogen rein. Ach, die Wolke, die hat sich getarnt als Hintergrund. Yeah, noch mehr Wolken. Ja, das Monster finden ist eine Sache, das Monster töten ist die andere. Ich vergesse die ganze Zeit, dass das hier böse Wolken sind. Wie ging das nochmal mit dem Turbobohrer? So nicht auf jeden Fall. Ich hab's vergessen. Ich kann mich aber auch mit Dergern hier durchschießen. Ach, nö. Naja, so funktioniert das auch recht gut. Wozu sammle ich eigentlich die Sterne ein? Ich weiß es nicht. Ach, ein geheimnis Versteck? Okay, auch schön. Was zur Hölle trage ich da jetzt? Igittigitt. Ist ja schlimmer als das von vorhin. Und dieses Lied. Das Lied irgendwann mal aufhört? Ich glaube nicht. Das wird sich jetzt einfach wieder und wieder wiederholen. Immer und immer und immer wieder. Was bist du zur Hölle? So groß, so hässlich, so elektrisch. Naja, bei dir hab ich jetzt schon eine Ahnung, wie ich dich besiegen kann. Genau. Und wo komm ich denn da hin? Noch so einer. Ja, da oben. Immerhin bin ich nicht in die Spitzen gefallen. Oh, noch mehr Spitzen. Und an dem komm ich nicht vorbei ohne die Waffe. Toll. Vielleicht kann ich jetzt mal versuchen den anderen zu besiegen. mit dem hier. Kommst du her. Komm her. Hat der mich jetzt tatsächlich zerstört? Heftig, heftig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der das kann, der kleine Schlingel. Was ist denn das hier? Ich kann mich an gar kein... Ich kann mich an keinen Felden voll mit denen erinnern. Egal, jetzt sind sie weg. Ihr auch. Weg. 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 Geh mir auf den Weg. Ich hab was vor. Doofes Mistvieh. Doofes, doofes Mistvieh. Ja, ja, ich will meine Gatling Gunn zurück. Das ist nicht meine Gatling Gunn. Das ist meine Gatling Gunn. Oh, die Musik macht mich kirre. Ich kann mich nicht konzentrieren bei diesem Song. Ich glaube, die Leute, die das Spiel hier... ...programmiert haben, sind Sadisten gewesen. Mit dem Ding kann ich nichts anfangen. Geh weg. So, gehen die Wolken doch kaputt. Ja, 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 Radar, ich weiß. Ich weiß ja auch, wo der Gegner ist. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn besiegen kann. So auf jeden Fall nicht. Oh, jetzt sind die Sterne natürlich auch wieder weg. Ich könnte es einfach mal probieren, nochmal mit dem Ding. Vielleicht klappt das ja. Einfach schnell, schnell hoch. Und dann warten, bis das Ding näher kommt. Wo ist es denn? Kommst du zurück, du Sonne? Was ist das jetzt? Es hat sich irgendwie verändert. Es ist größer geworden. Und tödlicher. Oh, ich hab keine Lust mehr. Wisst ihr was, Leute? Das ist heute echt nicht mein Tag. Ich mach das ein anderes Mal, das Monster. Und ich halt die Musik auch keine Minute länger aus. Also, vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn ich dann keinen Selbstmord begangen hab, wegen diesem Kartenlied. Ah, nee, bei selbst macht mir keinen Spaß. Ich spiele so, das Lied macht mich irre. Na gut, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, Tschüssikowski.